Jetzt gehen wir nochmal da rein. Wo war das denn? Hier 14? 15? Das braucht doch immer so lange, bis die Stadt ausgebaut hat, ne? 1? Also 11 meine ich natürlich, nicht 1. So. Wollen wir jetzt alles ignorieren? Wir müssen nur zum... ... der gelben Plattform. Hm. Und da sind wir schon. So. Jetzt müssen wir uns mal ein bisschen durchprobieren, weil ich weiß jetzt persönlich nicht genau, welcher... ... welcher Greifvogel das ist. Aber ich gehe mal davon aus, Verfolgung und dann irgendwie der dritte oder so. Weil der war so schnell weg. Ich glaube, die Maske... Ich weiß nicht, ob wir die Maske haben würden. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob wir die Maske haben würden. Ich weiß nicht, ob wir die Maske haben. Ich weiß nicht, ob wir die Maske haben, also wo die Maske haben würden. Und ich weiß nicht, ob wir die Maske haben würden. Und das ist der da. Aber ich weiß nicht, ob wir die Maske haben. Das ist eine Maske. Das ist ja so. Und der ist alles. weil mein Mann lässt sich ewig Zeit mit dem Einkaufen. Ich habe gerade gelesen, mein Mund. Ach so, anstatt dein Mann oder mein Mann. Das ist glaube ich der zweite. Ich probiere mal den letzten. Weil ich finde, der letzte ist sehr schnell weg. Das kann natürlich auch der zweite sein. Ich bin mir sehr unwicher. Das ist auf jeden Fall nicht der erste. Okay, es ist zwar nicht der letzte. Dann nehmen wir den zweiten. Das hört sich gut an. Ägipus Rex, ja. Kisten gab es hier, ne? Machen wir erstmal Kisten. Ich glaube, beides zusammen können wir nicht machen. Hier gab es auch Kisten, oder? Ich habe hier keine Kisten. Weil sonst mache ich das direkt auf Zeit. Naja, sonst blöd. Aber es sieht so aus, ob es hier keine Kisten gibt. Nur in der Schnappel durchkommen. Okay. Dann können wir ja eigentlich beides zusammen machen. Ich weiß auch nicht, wie hier die Zeitvorgabe ist. Okay. Nun. 32, 32. Thank you very much. Das war's? Das Wort ist doch länger, das Läppich. Oder ist der nur mittendrin? Hallo? Das war knapp. Das ist so ein einfaches Level und die Steuerung ist so gut. Ich krieg's einfach nicht auf die Kette. Beim letzten Mal lief's auch so scheiße, ne? Kann das sein? Das hat mich jetzt grad ein bisschen verwirrt, dass das funktioniert hat. Ich bin ein bisschen auf die Kette. Ich bin ein bisschen auf die Kette. Ich bin ein bisschen auf die Kette. Das ist so dumm. Ich mag das nicht, wenn ich Level spiele, die so einfach sind und ich versage, das ist doof. Du versagst. Stimme kackt ab. Woop-woop. Stimme kackt ab. 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 was wir haben. Haben wir hier noch irgendwas, was wir suchen können? Holen müssen jetzt. Hier ist alles. Ich guck mal grad noch die anderen zurück, ob da noch irgendwo was ist. Oh, Future Frenzy. Oh, das macht ja Laune. Ich glaub, das... Ah, Moment. Future Frenzy ist, glaub ich, über den zweiten Warproom. Also über den Versteckung. Hot Coco hab ich schon. Also das mit diesem Alien-Shield, das hab ich schon gemacht. Eigentlich mal. Okay. Gut, ähm... Ja, dann gehen wir jetzt runter. Ich meinte, das hätte ich auch gedacht, dass wir das dann so machen, dass wir dann hier... Future Frenzy. Future Frenzy. Area Fruktion. Future Frenzy. Kann ich auch schon machen. Aber die kann ich ja alles schon machen. Das ist ja nice. Dann würde ich sagen, mach mal hier erst mal das hier, weil dann ist das da oben und dann ist das alles abgehakt. Bis zum nächsten Mal.